Hallihallo, hier ist mal wieder Korazoo, wir sind zurück in Fallout 4 und auf dem Weg zum strahlenden Meer, während Ada da noch in der Wohnung ein bisschen rumhängt. Na gut. Dann wollen wir mal zum strahlenden Meer, zum versuchten Meer, oder wie auch immer das immer hieß. Wo ist das gerade gekommen? Hat gerade irgendwas gepiept? Ada, was tut das? Nee, du bist so weit weg. Kannst gar nicht gewesen sein. Hm. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, was die hier piepst hat. Da hinten ist was und da ist was. Da ist ein Friedhof. Oder? Oh, eine Maschine da hinten. Meierlo Königin. Ach du meine Güte. Okay. Okay. Okay, die kam hier noch angerannt. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Eieiei, aber hier hätte man eigentlich logisch sein müssen, weil wahrscheinlich ist das da drin ein iPhone-Ear. Du bist aber alle anderen Typchen. Tschüss. Was liegt dort? Hafenarbeiter-Outfit. Das sieht aus wie eine Figur. Ja, ist auch eine. So. Weiter im Blick die Frage, was ist hier? Ja. Auf jeden Fall hier noch eine Menge Jurenpilz. Den wir mal mitnehmen. Meierlo König. Oh. Okay. Meierlo König. Das sieht echt ein bisschen seltsam aus, was hier passiert ist. Das kann man jetzt jetzt ein bisschen zusammen machen. Aber ich glaube, das wollen wir gar nicht, oder? Draußen ist eine Königin. Drinnen ist ein zerfleischter König. Hm. So läuft das bei denen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da hat der Gentiment ein Diebesgut aufbewahrt. Mal kurz zwischenspeichern. Das da vorne scheint es so sein, was hier markiert ist. Das ist aber auf der Karte. Oh. Ganz weit weg ab von dem, wo wir eigentlich hinwollten. Na, alles klar. Mein Fehler aber. Ich bin neugierig mal über dieses Atomatenzeichen. Ah. Mal schliess ein Endlagersteller. Okay. Wo sie natürlich so bemutanten befinden, was auch sonst. So muss ich sagen. Was auch sonst mit der Stille. Bin ich aber ein bisschen neugierig hier, muss ich sagen. Gehen einfach mal ganz frech rein. Ich stehe das Hirn zermatschen. Sind die nur dort oder sind noch hier welche? Hier anscheinend sind noch welche. Okay. Das war jetzt. Was? Also, er ist ein bisschen hinter dir achten, du. Aber da ist ich nicht alleine, ne? Hat er jetzt auch gemerkt. Wöch. Ich bin noch ein bisschen spät. Aber jetzt gemerkt. Huch. Wollte er doch nicht runterfallen. Wo ist denn der Kerl jetzt? Ist der weg, oder? Muss ich eigentlich gucken, wie man läuft, ey. Ich will da mal hoch. Das ist bestimmt irgendwas. Ich glaube ich gehe hier viel zu Rambo mäßig vor. Meine Rüstung wird bestimmt nicht mehr sonst was verschillen haben. Ne eigentlich nicht, die ist grün. Oh, hab ich jetzt nicht gedacht. Dass die noch grün ist. Hey, aufhören. Lass das. Lass das. Und so bist du nicht willig. So gebrauch ich Gewalt. So hieß es schon. In manch ein Meisterwerk. So. Hallo. Tschüss. So. Ah, da lag er ja. Jede Menge Mäktionen. Sehr schön. Hat sich der Ausflug doch gelohnt. Lassen Sie nichts nützliches zurück. Hatte ich nicht vor, oder? Hatte ich nicht vor. Für die ganze Mäktion hat es sich doch schon gelohnt. Da hinten ist noch ein Häuschen. Okay. Haben wir sonst noch was an der Endlagerstelle? Scheinbar nicht nur noch jede Menge Strahlung wahrscheinlich. Ja, okay. Naja, was ich immer machen müsste. Moment. So. Ne, komm mal nicht rein. Ich habe schon wieder irgendwie in die Piepügel gehört. Also dann glaube ich doch, dass das erstmal da ist. Have Nuka Cola. Da machen wir ein paar dabei wahrscheinlich wieder, wie ich ganz kenne. Wo kommen wir da hin? Karte. Nicht ganz der richtige Weg, würde ich sagen. Ja, hier sieht es schon ein bisschen unfreundlicher aus, ne? Merke ich gerade die Bäume, ne? Und so. Scheiben wir auf dem richtigen Weg zu sein zum verseuchten Meer, ne? Lass mal schauen. Wollen wir da schon mal zum Roboter Park holen? Kann ich kurz sagen und dann... Wow. Aber wer bist du denn? Wieso glaube ich, da kommt wirklich was ganz böses? Anna, kannst du mal bitte helfen? Warte mal. Ich, äh... muss mal kurz, äh... Inventor... Waffen... Luder. Danke. Gute Nacht. So, ging los. Hilft doch immer noch ganz gut. Ruhe und blanke Gewalt. Nicht klar. Vom Auto sollte ich jetzt weggehen? Ähm... Jo. Jetzt mal still. So. Ein Plündernhaus brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Dann stelle ich da ein Maus drinne. Oh. Was sind die? Kuchen vor dem Blutsack. Okay. Okay. Das Ding wackelt einfach noch ein bisschen vorsichtiger. Alles klar. Ähm... In die Richtung wollten wir ja. Hm? Da ist noch was. Ach, Müllbot noch. Hänge ich jetzt hier fest? Ja, so ein bisschen. Hier. Hier. Hopp. So. So. Nu aber weiter mit uns. Mal kurz schauen. Karte. Genau. Dahin, dahin, dahin würde ich sagen. Das Haus scheint es nicht zu sein, oder? Oder doch? Doch, das ist das coole. Okay. Entschuldigt nicht das so sein, was ich dachte, dass es ist. Oh, hoffentlich finden wir jetzt, ob es denn was schön ist. Bauteile für Ada. Da. Ich meine, das ist irgendein Roboter-Gedichtnis-Park. Und, was machst du da rum? Guck mal runter. Ich glaub's ja wohl. Wir stehen da noch nicht dazwischen hier rum. Frechheit. So. Was haben wir denn hier? Ein Gedichtnis-Statue-Irgendwas-Ding? Oh, da würde ich irgendwie Spielfeld spielen. So. Da fliegt sich wieder. Das wird ja nicht so sein. Normal ist das nicht, wenn die sich wieder bewegen, glaub ich. Dahinter sind die immer in der Lage. Okay. Da liegt nur noch einer. Gehen wir mal hin. Da langer. Hallo. Gute Nacht. So. Vielleicht gibt's in den Gebäuden irgendwas. Außer wilde Gude. Roboter. Roboter jeder Art. Erste Hilfe. Feuerwehr. Reparatur. Polizei. Dann holt er jeder Art. Kann man da auch rein? Wieso bin ich denn gegangen? Deathclaw. Ich wusste es von der WD hier zu kommen. Ich wusste es von der WD hier zu kommen. Warum schieße ich ins... Werfe ich meine Kanäle ins nicht zu? Ich bin gleich mal super clever hier hin. Eieieieieieieieiei. Schöne Fundkopf ziehen bitte. Danke. Ach man ich muss auch wieder so n Quatsch machen. Ich wollte nur, wieso man da reingehen kann. Und was ist? Der fette Deathclaw steckt erstmal drin, ey. Aber wir haben sie gleich. Wir haben sie. Wir hätten hinten irgendwas mit explodiert. Ah, das ist klar. Oh, hier war eh, glaub ich, so ein... Gyrokopter irgendwas... I don't know, Bruderschaft und... Wegen kämpfen die dort? Ist hier noch Bruderschaftsspinne? Super Mutanten, so wie es hier aussieht. Wollen wir mal ein bisschen helfen? Nur ein bisschen. Hallo! Warte mal, mach mal so. Wieso treffe ich wieder nicht? Das ist eine Schrute, die kann eigentlich nur treffen. Das war nicht immer Volltreffer, aber... So ein bisschen Treffen tun die eigentlich immer, zwar. Ah, das ist eine super Mutant. Da, das wäre der Bruderschafts-Typ da unten. Ich... Ich hunke wieder, ey. Das Ganze, warum schießt der Typ auf mich? Ist das einer von uns? Einer von denen? Wie auch immer? Weil, war gar nicht der, der ich dachte. Ich bin nur hier, um zu looten. Alles gut. Hm. Ich weiß nicht, warum ich jetzt Knochen mitnehme, aber ich tue es mal. Ah, ein Safe-Experte. Da können wir was Gutes drin stecken. Schauen wir mal. Oh. Okay, wir machen es auch erst ziemlich schnell auf. Hier ist eine Emolition. Ah, wir müssen ein Flüchtlingsgeld. Können wir auch mitnehmen. So. Wo wollte ich denn eigentlich hin? Eigentlich müsste ich... ...dorthin. Okay. Wie sagen? Machen wir das auch mal langsam. Ist ja eigentlich unser Ziel gewesen. Virtual, ne? Genau. Da, um diesen Peony Pop waren, war. Das war ja... ...nein wir mit Deathclaw. Ist ja bis jetzt sicherlich aber nicht hoch. Dafür, dass wir gesagt haben, hier ist was solch der Meer, ist äh... ...recht schlimm. Aber vielleicht... ...geht es hier erst los. Weil hier ist jetzt noch schlimmeres Waldsterben als vorher. Ich finde es ja schon mit dem Wald schlimm aus. Hört jetzt noch schlimmer aus. Oh Gott. Okay, doch. Ja, doch. Ähm, ja. Jetzt sind wir erst am Leuchtenmeer. Verstehe. Alles klar. Ach so. Das ist Ranzleuchtenmeer erster... Oh Gottes Willen. Das war nur Ranz des Leuchtenmeers. Ach so. Oh. Dieser muss noch so zu weit laufen. Ei, 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 ei. Ja, jetzt sind sie schon ein bisschen... ...äh... ...wär man sagen... ...unwirklicher aus. Ach du meine Fresse. Ah okay, jetzt geht auch die Relativität langsam... ...hoch und alles... ...ja, ich glaube wir sind am Leuchtenmeer angekommen. Was ist denn da, das hier? Ja, coole, 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 coole. Sogar ein... ...legendärer... Oh, ich sehe gerade mal Lebensenergie. Warte mal. Vorher zu den Ghulen gehen. Würde ich mal so machen wollen. Also nochmal da genauso... ...hin. So, haben wir schon mal ein paar weg. Da haben wir den legendären. Da gehen wir mal ran. Und machen wir direkt so hier. Na. So, aber der ist direkt vor dir. Oh, jetzt einfach nur abdrücken. Der hatte gerade den Kopf perfekt davor. So. Oh, ich bin schon ernst, ja. Eine Kammerkanone. Uh. Für uns bescheuert gegen Roboter. Weil die immer Ehr haben sollen. Als wir noch gegen Roboter gekämpft haben. Vermehrt. So. Ähm. Das war dann die Suppe hier. Okay. Jetzt wird es wirklich, äh... ...immer unwirklicher hier. Hier schön durchgehend. Sogar Stürme zu sein. Wie zieht der Blutkäfer? Ich würde gerne hier Kompromiss machen. Ähm. Wir greifen euch nicht an. Ihr greift uns nicht an. Dann ist alles gut. Warte mal Karte. Ja, okay. Wir nähern uns nur langsam. Ein Wissenschaftler aus dem Institut kam. Für die, die nicht mehr wissen, warum wir überhaupt sind. Es gab bis jetzt nur einen, der aus dem Institut fliehen konnte. Und das ist Virtual einer der Wissenschaftler. Genau zu dem wollen wir. Ja, wir würden uns verraten können, wie man ins Institut hineinkommt. So hoffen wir es jedenfalls. Ne, das ist irgendwie aus dem Flughafen. Okay. Oder aus dem Flugzeug jedenfalls. Oh Gott. Hier gibt es wahrscheinlich auch letzten Orte zu entdecken. Aber ich will hier eigentlich nur einmal schnell rein, schnell raus, Alter. Siehst du nichts? Jetzt. Ich bin ständig nur am Watz zu aktivieren, zu gucken, ob wir gegen mir sind. Damit ich nicht ganz so überrascht werde. Aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Was ist denn das hier? Achso, so ein Stromteil, ne? Ja. Umgestützte Strommast. So, wir sind immer noch in der richtigen Richtung unterwegs. Schlimm ist, der lebt direkt am Krater, sag mal. Kann der das überleben? Weil hier ist ja übelste Strahlung. Muss ja in seinem Strahlenschutzanzug sein, damit er hier überlebt. Na komm, schieß schon. Geht doch. Oh, fliegt noch ein bisschen durch die Gegend, alles klar. Das Schlimme ist ja hier in der Fählung immer noch überall Schüsse. Und da fährt der Deathclaw da oben drauf. Ach, ah, da ist es die, die sogar schießt. Blähfliegen! Und Skorpion! Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier geht's ab. Wir wollen mal ein paar Granaten rinnen und machen damit durchs Mal ein Löffel so. Alles klar. Jetzt ist die Frage, wo sind alle hingeflogen? Haha. Äh, da leuchtet uns aber alles nix. Alter, ne Fettmann. Na gar ne Legendäre, hat noch einen doofen Boni drauf, wenn man mich fragt. Aber gut, nehmen wir erstmal mit. Kann man vielleicht später immer nochmal gebrauchen. Warum geht die Deathclaw da runter? Das Schlimme ist, wir müssen in die Richtung, sehe ich gerade. Ich will mit der Deathclaw kämpfen. Guck mal. Ja, das muss jetzt aber nicht sein, Alter. Du hast es ja angelockt. Jetzt wollte er einfach nur von Palikin. Aber gut. Ja, jetzt kommt nämlich die Deathclaw dazu. Ich hab's befürchtet. Der hat ein bisschen Schaden schon genommen. Er hat sich anscheinend wirklich gegen irgendwas da oben gekämpft, wie ich mir dachte. Oh, der hat voll die Granate abgekriegt, anscheinend. Ah, Munition alle. So, ja, Quatsch. Wow. Ich hab einmal geschossen, sein Kopf ist abgeflogen. Warum ist das passiert? Das gehört anscheinend zu ihm. Ich hab nur einmal geschossen. Ein Schuss und auf einmal Kopf gemacht. Alter Schwede. Okay. Ist da irgendwas, wenn er da ganz jetzt rumgewuselt ist? Vielleicht irgendwie so ein Deathclaw-Nest mal wieder? Haben wir ja festgestellt, die haben auch Nester. Aber scheinbar nö. Aber ne halbwegs vernünftige Aussicht, mein ja. So, nichtsdestotrotz, wir müssen weiter. Irgendwo da hinten muss Virtual sein. Alter. Wo steckt der Kerl? Das ist schon recht nah. Das ist jetzt ein richtiges Visier, sehe ich gerade. Oh ja, wenn das mal nicht stört. Ah, das ist der Granate wahrscheinlich jetzt. Ah, das ist noch gar nicht Virtual. Sind das nicht Atomsleute wieder? Oh ja. Wer soll auch sonst ein Krater sein als Atomsleute? Ah ja, die haben ja ihre fressenden Farbe. Mal sehen, wie sie hier drauf sind. Aber das sehen wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Kommentar da oder einen Daumen. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüüss. Tschüüüüss. glyk